Mein Name ist Philipp Florian, ich bin Geschäftsführer und Eigentümer in vierter Generation des Parkhotels in Graz und wir sind somit als Familie über 90 Jahre Dienstleister mit Herzblut. Uns ist als Familie und Betrieb bewusst, dass wir nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine soziale Verantwortung haben und deswegen haben wir insgesamt 52 Mitarbeiter, die teilweise über 20 bis 30 Jahre schon bei uns beschäftigt sind. Außerdem war es uns als Familie Florian immer ein Anliegen auch junge Menschen auszubilden und deswegen haben wir insgesamt zwölf Lehrlinge, die unser großes Team tatkräftig unterstützen. Wir schaffen Arbeitsplätze, zahlen Steuern, erfüllen alle gewerblichen Auflagen, weil wir wissen, dass ein fairer Wettbewerb auch Spielregeln braucht.